So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Es ist der perfekte Rahmen für dieses Finale. Und ich glaube, das wird ein Hochklassiger. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist da gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt. Und jetzt ein Schuss. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen Klassen. In den freien Raum. Oblak, super wie er das macht, wie er den Treffer verhindert. Mason Greenwood. Schöner Pass. Gefährliche Szene. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Jetzt die Flanke. Und da ist das Tor für Barca. Guter Versuch. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen Klasse-Kipp. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Klasse Flanke. Kein guter Schuss. Der geht weit vorbei. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball. Untertitelung des ZDF, 2020